Was ist mit den Verletzten? Ja, bei den Verletzten, beziehungsweise jetzt mit Serge, mit Bargy, Philipp Bargfrede und Lamine Sané, die sind gestern wieder eingestiegen, konnten alles mitmachen. Da sind wir sehr optimistisch, dass es auch bis Sonntag reicht. Robert Bauer wird heute trainieren. Da haben wir noch zwei Trainingseinheiten und werden dann gucken, was sinnvoll ist. Und bei Thomas Delaney sind wir auch optimistisch, dass er kommende Woche vielleicht auch wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und das war eigentlich die... Die medizinische Abteilung hat da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und Robert, von seiner Mentalität, will auch unbedingt wieder schnell zurückkommen. Und diese Kombination, denke ich, hat dazu geführt, dass er jetzt zumindest heute mittrainieren wird. Und wir danach gucken, wie er diese Trainingseinheit dann auch verarbeitet hat. Und das war ein, glaube ich, der Verletzten. Und das war ein, glaube ich, der Verletzten, mit der Verletzten hat. Vielen Dank.